Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach, neben Heißbrock im Nürnberger Land zum Nusser der Nr. 92. Heute wieder in der grünen Küche, denn zu der wollen wir Sie wieder einladen und zwar nach Nürnberg zu GIO erleben. Vom 19. bis zum 21. Juni sind wir wieder am Nürnberger Hauptmarkt und da würden wir uns über Ihren Besuch sehr freuen. Ja, einen ganz herzlichen Dank an unsere vielen Besucher und vor allem die vielen Gratulationen zum 25-jährigen Jubiläum. Vor allem für die, die bedauert haben, dass Sie nicht kommen können, für die ist unser Newsletter, denn wir haben ganz viele Videos und Informationen für Sie zu machen. Und hier kommt er, wir Streiter für das Gute, Schöne, Wahre. Der ist Schäf uns. Unser Schäfer für das Gute, Schöne, Wahre. Na, da lassen wir nicht mal den Functionen machen. Habe ich irgendwo in Store N in einem Kehrwasser so einen Tüten getroffen, der war ganz komisch. Ansonsten immer blau und der blaue Tüten, das war der Herrig. Von dieser ersten Begegnung an haben wir uns sofort angefreundet. Er war natürlich genauso verrückt wie ich. Klettern war meine zweite große Leidenschaft mit dem Kajakfahren. Da habe ich dann die nächsten Tüten kennengelernt. Münzenberg heißt er, Gunter glaube ich mit Vorname. Und das hat mir damals dabei gestimmt. Und wir haben trainiert wie die Tätten. Wir haben Glimmsüge gemacht wie die Blöden. Und ich habe gesagt, wie viele Schweine, wie viele Bretter. Es war einmal mein Lebenstraum. Und wir haben auch mit dem Konjunktur und dem Musikpunkt zusammen auch an der Bühne stehen. Als Holzplätser. Außerdem haben wir eine echte Rarität für Sie. Unsere Freundin Julia Kurbanower, ein Mitglied der Artistenfamilie Die Kurbanows, verkauft zwei ihre edlen Maschinen. Können Sie sich auch im Video anschauen und die User nachlesen. Außerdem wollten wir Ihnen auch den neuesten Backofen von Wiener zeigen. Er hat jetzt eine Analoguhr und im nächsten Element sind Sie schon auf den Automatikprogrammen. Und können Sie hier durchwählen, wie Sie das wahrscheinlich von einem Telefon geholt sind. Wenn Sie wieder aufschauen. Das ist sogar musikalisch. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf der Bioerlegung von 19. bis 21. Juli besuchen. Oder wann immer Sie Lust und Zeit haben mit Gunter Grumbach gerne auch am Sachsen nachgreifen. Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017